Heute erzählen wir Ihnen von einem sehr verwirrenden Verbrechen, das sich in Spanien ereignet hat. Dieser Fall hat sich so sehr verbreitet, dass er sogar verfilmt werden konnte. Trotzdem ist die Kontroverse noch nicht ausgestanden. Viele sind der Meinung, dass der Ausgang des Falles ein Justizirrtum ist. Rosario Porto und ihr Ehemann Alfonso Basterra waren wohlhabende Leute. Rosarios Vater war ein einflussreicher Honorarkonsul Frankreichs und ihre Mutter war Kunstlehrerin. Die Tochter trat in die Fußstapfen ihres Vaters und wurde eine erfolgreiche Anwältin. Im Jahr 1997 wurde sie zum Konsul von Frankreich ernannt und erbte dieses von ihrem Vater. Alfonso war ein bekannter Journalist. Im Jahr 1996 heiratete das Paar und zog in eine große Wohnung, die eine ganze Etage eines Hauses im Nobelviertel der spanischen Stadt Santiago de Compostela einnahm. Rosario litt an Lupus Erythema Todes, weshalb die Ärzte ihr empfahlen, nicht schwanger zu werden, und so beschlossen sie, ein kleines Mädchen zu beglücken, das durch die Wechselfälle des Schicksals von ihren Eltern verlassen wurde. In Spanien gab es dabei große Schwierigkeiten. Als sie etwas über 30 waren, beschloss die Familie, nach China zu gehen, um ein Kind zu adoptieren. Nachdem sie viele bürokratische Schwierigkeiten überwunden hatten, gelang es ihnen, in einem Waisenhaus zu landen. Rosario war von der ersten Sekunde an von dem neun Monate alten Mädchen angetan. Das Paar brauchte zwei Wochen in China, um alle Schwierigkeiten zu beseitigen und das Mädchen offiziell zu adoptieren. Auf dem Rückflug nach Spanien identifizierten die Papiere das Mädchen als Asunta Yongfang. Dies war eine ungewöhnliche Situation, denn Asunta war eine der ersten chinesischen Adoptivkinder in der Region. Oberflächlich betrachtet schien sie großes Glück zu haben, in einer angesehenen und wohlhabenden Familie zu leben. Leider war die Freude über dieses Wiedersehen nur von kurzer Dauer. Asunta war ein sehr begabtes Mädchen. Sie war eine ausgezeichnete Schülerin, lernte mehrere Sprachen, nahm am Ballettunterricht teil und besuchte eine Musikschule. Es schien, als wollten ihre Eltern ihr jede Chance geben. Am 4. Juli 2013 gingen Rosario und ihre Tochter, die zwölfjährige Asunta, an den Strand, weil sie sich an einem heißen Tag erfrischen wollten. Das Mädchen begann, eine beängstigende Geschichte über einen unheimlichen, schwarz gekleideten Mann mit Maske und Handschuhen zu erzählen, der in der Nacht zuvor versucht hatte, sie zu erwürgen. Je länger sie erzählte, desto mehr verlor sie die Kontrolle über sich, und schließlich weinte sie. Ihre Mutter wusste davon. Sie war selbst vor Ort. Aber aus irgendeinem Grund ging die Frau nicht einmal zur Polizei. Um 22.30 Uhr am 21. September 2013 waren Rosario und Alfonso auf der Polizeiwache, aber aus einem anderen Grund. Sie meldeten, dass ihre zwölfjährige Tochter seit mehreren Stunden verschwunden war. Die Frau erzählte auf Alfonsos Aufforderung hin die Geschichte des Kindes von einem nächtlichen Überfall, der sich zweieinhalb Monate zuvor ereignet hatte. Vor diesem Hintergrund befürchteten die Eltern, dass wieder ein Eindringling in das Haus eingebrochen war und ihrer Tochter etwas Unwiederbringliches zugestoßen war. Wahrscheinlich war sie entführt worden. Der Mann war sich sicher, dass sie nicht mehr am Leben war. Sie flehten die Polizei an, so schnell wie möglich zu handeln. Am Morgen des 22. September fuhren zwei Männer in einem Auto durch ein Waldgebiet, beide auf dem Rückweg von einer Bar. Plötzlich hielt der Fahrer an und berichtete, dass er im Wald etwas Seltsames bemerkt habe. Da er nicht wusste, was los war, wendete er das Auto mit den Scheinwerfern in Richtung Wald und erzählte seinem Freund, dass er das Gefühl hatte, jemand würde ihn beobachten. Aber er hatte keine Angst, wahrscheinlich weil er getrunken hatte, also stieg er aus dem Auto aus, ging ein paar Schritte auf den Wald zu und fand sich zwischen den Bäumen wieder. Im Schein der Autoscheinwerfer sah der Fahrer etwas auf dem Boden liegen, das wie eine Puppe aussah, aber als er näher kam, erkannte er, dass es ein Mädchen war. Das Kind war gefesselt, seine Kleidung schien hochgezogen und schlammig zu sein. Der Mann berührte den Puls, das Mädchen war tot. Der verzweifelte junge Mann ging zur Polizei. Asunta wurde identifiziert, sie war nur eine Woche vor ihrem 13. Geburtstag gestorben. Die Polizei durchsuchte die Gegend in der Nähe der Leiche und fand das Handy der toten Teenagerin, auf dem sich einige ziemlich seltsame Fotos befanden. Es wurden mehrere Bilder zurückgelassen, auf denen sie eng gewickelt wie ein Baby und mit weit geöffneten Augen lag. Einige Gerichtsmediziner waren der Meinung, dass ihre Pupillen geweitet waren, was auf die Einnahme illegaler Substanzen oder Drogen schließen lässt. Noch beunruhigendere Fotos zeigten das Schulmädchen in ziemlich freizügiger Kleidung, mit leuchtend buntem Make-up, mit Netzstrümpfen und in freizügiger Pose auf einem Sofa. Auch hier waren ihre Augen weit aufgerissen und die Pupillen geweitet, sie schienen nicht bei Sinnen zu sein. Die Bilder landeten im Internet, gingen viral und lösten eine Welle der öffentlichen Empörung über die Behandlung des Mädchens aus. Nach Angaben ihrer Eltern war der letzte Tag ihres Lebens ein ganz normaler Tag, an dem nichts Besonderes passierte. Doch dann verschwand sie plötzlich und wurde wenige Stunden, nachdem ihre Eltern sie bei der Polizei gemeldet hatten, tot aufgefunden. An diesem schicksalhaften Tag besuchte das Mädchen ihren Vater und lief dann unter dem Vorwand zurück, sie wolle die Simpsons nicht verpassen. Etwa 19 Stunden nach diesem Treffen kehrte Rosario von der Arbeit zurück und sah ihre Tochter in ihrem Zimmer, wo sie ihre Bücher auf dem Boden ausbreitete, um Hausaufgaben zu machen. Die Frau schöpfte keinen Verdacht und fuhr einfach zum Landhaus, das etwa eine halbe Stunde entfernt war. Sie wollte ihre Badesachen und einige Kleidungsstücke mitnehmen, da sie für den nächsten Tag einen Strandurlaub geplant hatte. Rosario kam gegen 21.30 Uhr zurück. Zu diesem Zeitpunkt war Assunta nicht mehr in der Wohnung. Die Adoptivmutter war beunruhigt, da das Mädchen nicht angerufen oder angekündigt hatte, dass sie unterwegs sein würde, was für sie untypisch war. Aber sie dachte, dass das Mädchen vielleicht zu einer Freundin gegangen war. Obwohl es schon spät war, rief die Frau die Freunde der Teenagerin und ihren Ehemann an, aber es stellte sich heraus, dass niemand Assunta gesehen hatte. Natürlich galt die Mutter als die letzte Person, die das Mädchen lebend gesehen hatte, und so gehörte sie zu den ersten, die das Interesse der Ermittler weckten und zur Befragung aufs Revier kamen. Im Gespräch mit den Strafverfolgungsbehörden erinnerte sich Rosario an Details aus der Nacht des 4. Juli, als der erste Angriff stattfand. Assunta hatte die Haustür abgeschlossen, als sie vom gemeinsamen Einkaufen zurückkam und versehentlich den Schlüssel im Schloss vergessen. Ihre Mutter bemerkte diesen Umstand nicht, und beide gingen zu Bett. Unerwartet wachte Rosario gegen 3 Uhr morgens auf und hörte Hilfeschreie. Alfonso war zu diesem Zeitpunkt nicht bei ihnen, sodass niemand zu Hilfe kam. Sie ging in das Zimmer ihrer Tochter, wo sie die Silhouette eines großen Mannes sah, der seinen Arm auf den Boden gedrückt hatte und das Mädchen zu erwürgen schien. Die Mutter stürzte sich auf den Angreifer, aber er war ein starker Mann und warf sie mit Leichtigkeit gegen die Wand zurück. Glücklicherweise verletzte er niemanden und rannte einfach davon. Rosario beschrieb ihn als einen kräftigen Mann in Schwarz, mittleren Alters. Er trug eine Maske und Handschuhe, sodass es nicht möglich war, eine genauere Beschreibung abzugeben. Asunta erzählte ihrer Freundin von dem Vorfall und schickte ihr sogar einige Fotos von sich selbst mit roten Flecken am Hals. Der Vater sagte, das Mädchen habe seit langem Probleme mit Depressionen gehabt und sogar spezielle, vom Arzt verschriebene Medikamente genommen. Dies konnte bestätigt werden, da Asunta mit ihren Freunden kommunizierte und ihnen ihre Sorgen mitteilte. Die letzten Dialoge zu diesem Thema waren jedoch recht positiv. Das Mädchen bestätigte, dass es ihr viel besser gehe. Rosario behauptete, dass sie nach dem Angriff nicht versucht habe, die Wahrheit herauszufinden. Die Frau verwies auf den schwierigen emotionalen Zustand des Kindes und behauptete, sie habe Angst, Asunta zu beunruhigen, was unweigerlich passieren würde, wenn sie zur Polizei ginge. Dies war jedoch keine überzeugende Ausrede. Jahre vor der Tragödie war das Mädchen sogar in ein psychiatrisches Krankenhaus eingewiesen worden, da es wiederholt von Selbstmordabsichten sprach. Asunta war durch die Überlastung in der Schule und im Nachhilfeunterricht sehr müde, was zu Zusammenbrüchen führte. Die Familie hatte ein schwieriges Verhältnis zueinander. Den Eltern gelang es jedoch, die Wogen zu glätten und sich mit dem Mädchen zu einigen, so sagten sie zumindest selbst. Das Kindermädchen des Mädchens erzählte ihr, dass ihre Mutter in letzter Zeit sehr verärgert darüber war, dass Asunta nicht mehr ihren Idealen entsprach und anfing schlechter zu lernen. Das Mädchen war ihr gewissermaßen zur Last gefallen, sodass Rosario nach einer Möglichkeit suchte, sie loszuwerden. Nachdem die Ermittler diese Information erhalten hatten, beschlossen sie, den Fall sofort zu überprüfen. Zunächst interessierten sie sich für das Landhaus, das Rosario am Tag des Verschwindens des Mädchens aufsuchte. Tatsächlich wurde die Leiche von Asunta nur vier Kilometer entfernt gefunden. Als die Ermittler hier eintrafen, schien die Frau nicht damit zu rechnen, sie zu sehen. Sie stuermte kopfüber in den ersten Stock. Offensichtlich versuchte die Verdächtige etwas zu verbergen. Sie holten sie im Badezimmer ein, wo Rosario über einen Mülleimer gebeugt war. Als einer der Ermittler hineinschaute, sah er ein Stück orangefarbenes Seil, das gleiche Seil, mit dem die Hände und Füße des Opfers gefesselt waren. Außerdem befanden sich dort eine schwarze Maske und Handschuhe. Alle Gegenstände wurden zur forensischen Untersuchung mitgenommen. Leider wurden keine Fingerabdrücke oder DNA gefunden. Die beiden Gerichtsmediziner, die die Untersuchung durchgeführt hatten, hatten aus Angst, die Beweise zu verfälschen, nicht sofort die Körpertemperatur gemessen, sodass der genaue Todeszeitpunkt nicht bestimmt werden konnte. Aber vermutlich war Asunta bereits seit etwa 20 Stunden tot. Es stellte sich heraus, dass die Todesursache Strangulierung war. Ihr Mund und ihre Nase waren mit einem weichen Gegenstand, wahrscheinlich einem Kissen zugedeckt worden, sodass sie nicht mehr atmen konnte und das Bewusstsein verlor, woraufhin sie starb. Am schockierendsten war, dass die Experten eine sehr hohe Dosis Lamar fanden. Im Blut des Mädchens wurde der Inhalt von 22 Pillen gefunden, was dem neunfachen der Erwachsenendosis entspricht. Es wurden Haartests durchgeführt, und es stellte sich heraus, dass dies nicht das erste Mal war. Sie hatte bereits drei Monate vor ihrem Tod, zum Zeitpunkt des ersten Einbruchs, eine ähnliche Überdosis erlitten. Es ist erwähnenswert, dass eine Überdosis dieses Medikaments zu Amnesie und zur Unfähigkeit führt, Muskeln und Bewegungen zu kontrollieren. Die Polizei wurde zur Behandlung von Angststörungen und Schlaflosigkeit eingesetzt. Die Polizei fand schnell heraus, dass Rosario es zur Bekämpfung von Depressionen einnahm, während es Assunta nicht verschrieben worden war. Warum sie das Medikament einnahm, konnte sich niemand erklären. Nach Angaben der Mutter haben die Täter das Mädchen mit dem Medikament betäubt, damit sie sich nicht an die Ereignisse erinnert. Die Ermittler begannen mit einer umfassenden Überprüfung der Überwachungskameras in der Gegend, in der Hoffnung, die Bewegungen des Mädchens an diesem verhängnisvollen Tag nachvollziehen zu können. Gegen 14 Uhr besuchte Assunta ihren Vater. Um 17 Uhr 21 kehrte das Mädchen nach Hause zurück, um 17 Uhr 28 traf ihre Mutter ein. Eine weitere Kamera an der Tankstelle zeichnete um 18 Uhr 20 einen grünen Mercedes auf, der Rosario gehörte, wie sie zugab. Der Wagen fuhr in Richtung des Landhauses. Es war jedoch offensichtlich, dass sich neben dem Fahrer ein Mädchen befand, das als die Adoptivtochter der Frau identifiziert wurde. Sie fuhren in die Richtung, in der später die Leiche von Assunta gefunden wurde. All dies stand im völligen Widerspruch zu den früheren Aussagen der Frau, so dass Rosario automatisch zur Hauptverdächtigen in diesem Mordfall wurde. So fand sich die Frau erneut im Verhör wieder. Sie erklärte ihre Lügen mit Angst und Scham, dass ihre Adoptivtochter unter ihrer Obhut verschwunden war. Nun erzählte sie eine neue Version der Ereignisse, wonach sie gemeinsam Bademode kaufen gingen, Assunta aber nicht mit ihr das Landhaus betreten wollte. Als sie ankamen, beschloss die Schülerin, im Auto zu warten, während ihre Mutter alles Nötige besorgte und auch ein paar Kleinigkeiten erledigte. Aber es zog sich hin, und das Mädchen bat darum, nach Hause zu fahren, um ihre Hausaufgaben zu machen und sich auszuruhen. Rosario willigte ein und fuhr sie zurück, setzte sie aber nicht vor der Wohnung, sondern fünf Minuten zu Fuß vom Haus entfernt ab, damit sie nicht mit dem Auto durch die engen Straßen kurven musste. Die Frau machte sich Sorgen, dass ihre Tochter nicht nach Hause gekommen war und auf der Straße überfallen worden war. Als sie zurückkam und ihre Tochter nicht zu Hause vorfand, schritt sie sofort zur Tat und bat ihren Mann um Hilfe. Sie fuhren zur Polizeiwache. Der Mann behauptete, er sei den ganzen Tag zu Hause gewesen und habe mit dem Vorfall nichts zu tun gehabt. Die Polizeibeamten überprüften die Überwachungsaufnahmen von Straßen in der Umgebung von Santiago und konnten nicht feststellen, wann Rosario ihre Tochter zurückfuhr. Sie fanden nur Aufnahmen, die zeigen, wie Rosario das Landhaus etwa um 21 Uhr allein verlässt. In dieser Geschichte gab es viele Kontroversen und Widersprüche. Rosario selbst wirkte sogar etwas arrogant. In den Augen der Ermittler war sie kalt und schien nicht das geringste Bedauern über den Verlust ihres Kindes zu empfinden. Sie beharrte weiterhin darauf, dass der große Mann in Schwarz etwas damit zu tun haben müsse. Als die Polizei mit den Nachbarn der Familie sprach, sagte einer von ihnen, Er habe in der Nacht im Juli, als Asunta zum ersten Mal angegriffen wurde, Schreie gehört. Ihm fiel ein seltsames Detail auf. Da der Eindringling die Wohnung betreten hatte, hätten die in der Nähe lebenden Hunde bellen müssen. Die Tiere waren jedoch still, was darauf schließen lässt, dass der Täter ein häufiger Besucher war und die Tiere ihn kannten. Alles in allem sah die Sache dubios aus und machte Asuntas Eltern immer misstrauischer. Die Polizei zog zwei Versionen des ersten Einbruchs in Erwägung. Die einen glaubten, dass es sich um eine Erfindung der Mutter handelte, die anderen, dass es der erste Mordversuch der Eltern war. Kaum jemand glaubte, dass es sich tatsächlich um einen Außenstehenden handelte, da es keine Anzeichen für ein gewaltsames Eindringen oder andere Personen gab, die eingebrochen waren. Am 24. September hielten die Eltern eine Beerdigung ab. Rosario und Alfonso verhielten sich recht seltsam, machten sogar Selfies vor dem Sarg. Aufgrund der Lügen in den Zeugenaussagen wurde die Frau nach der Beerdigung verhaftet. Zu diesem Zeitpunkt hatten die Ermittler bereits herausgefunden, was das Motiv für den Mord gewesen sein könnte. Es wurden Zeugen gefunden, die von Ereignissen berichteten, die neun Monate vor der Tragödie begannen und der Auslöser für die blutige Auseinandersetzung gewesen sein könnten. Es wurde festgestellt, dass Rosario im Januar 2013 eine Beziehung mit einem Immobilienmakler namens Manuel Garcia begann, den sie für den Verkauf von Immobilien ansprach. Der Mann war verheiratet und machte deutlich, dass er seine Familie nicht verlassen würde. Für ihn war es nur eine Affäre, aber Rosario war damit einverstanden und die heimliche Beziehung wurde fortgesetzt. Im gleichen Zeitraum verschlechterte sich das Verhältnis zu ihrem Ehemann rapide. Sie nannte Alphonse langweilig, hielt ihn für einen Verlierer, der gleichzeitig eine zu hohe Meinung von sich selbst habe. Die Frau bezeichnete ihn als gefühllos und berechenbar, während die Geliebte das absolute Gegenteil war. Sie war sich sicher, dass ihrem Mann im Falle einer Scheidung der finanzielle Ruin sicher war. Der Ehemann sah auf Rosarios Telefon eine Nachricht von dem Geliebten und so ließen sie sich im Februar 2013 scheiden. Rosario und das Mädchen wohnten weiterhin in der Wohnung, sie ging weiterhin ihren Geschäften nach und besuchte das Landhaus. Das Sorgerecht für das Mädchen wurde auf Asuntas Wunsch hin der Mutter übertragen, der Vater hatte das Recht, seine Tochter zu sehen. Asunta lebte zwischen den Wohnungen ihres Vaters und ihrer Mutter. Viele bemerkten, dass das Mädchen immer in der Nähe ihrer Mutter blieb, während ihr Vater nicht so herzlich war. Dennoch gab es Anzeichen dafür, dass der Mann versuchte, eine Beziehung zu dem Mädchen aufzubauen. Er sagte seiner Ex-Frau wiederholt, dass sie durch ihre Adoptivtochter für immer verbunden sein würden. Könnte der Wunsch, völlig frei von ihrem Ex-Mann zu sein, ein unschuldiges Kind verurteilt haben? Es wurde bekannt, dass Rosario Anfang des Sommers gezwungen war, sich von ihrem Liebhaber Manuel Garcia zu trennen. Zu dieser Zeit verschlechterte sich Rosarios Zustand und Alfonso ergriff die Gelegenheit und nahm das Wort seiner Frau an, sich von seinem Liebhaber zu trennen, um sich im Gegenzug um Tochter kümmern zu können, während sie im Krankenhaus liegt. Es wurde jedoch bekannt, dass Rosario am 21. September ihr Versprechen brach, den größten Teil des Tages mit ihrem Geliebten verbrachte und erst am Abend zu Hause war, um Asunta zu treffen. Dies ist eine sehr interessante Tatsache, wenn man bedenkt, dass das Mädchen wenig später ermordet wurde. Manuel hatte nicht die Absicht, seine Familie für seine Geliebte zu verlassen, denn der Mann war einfühlsam und freundlich, sodass die Polizei die Theorie in Betracht zog, dass Rosario versucht haben könnte, den Mann mit dem Tod des Mädchens zu manipulieren. Sie war sich darüber im Klaren, dass ein solcher Verlust bei ihm Mitleid erwecken und eine Bindung an Manuel ermöglichen würde. Diese Vermutung war eine von Dutzenden, die während der Ermittlungen geäußert wurden. Zu diesem Zeitpunkt war die Verdächtige bereits in vollem Kontakt mit ihrem Anwalt. Der Verteidiger beharrte auf einem wichtigen Argument, das die Version der Ermittlungen widerlegte, auf der Kleidung der Verstorbenen wurde männliche Flüssigkeit gefunden. Daher war eindeutig ein Mann in den Fall verwickelt, entweder ein Komplize oder Rosario hat die Wahrheit gesagt. Es wurde nicht ausgeschlossen, dass die Mutter nicht wirklich an dem Mord beteiligt war, aber diese Version wurde als unwahrscheinlich angesehen. Dieses starke Argument musste widerlegt werden. Die Polizei nahm den Fall mit verstärktem Elan auf. Das Material für die Analyse wurde gesammelt und nun musste man auf die Ergebnisse warten. In erster Linie interessierte man sich für die Zugehörigkeit der männlichen Flüssigkeitsproben am Körper des Opfers. In der Zwischenzeit gab es mehrere Möglichkeiten, zum Beispiel, dass der Vater der Angreifer war. Aber noch interessanter war Manuel Garcia. Der Liebhaber hatte jedoch ein Alibi und hatte kein starkes Motiv, das Mädchen zu töten, sodass er schnell von der Liste der Verdächtigen gestrichen wurde. Unerwartet stellte sich heraus, dass die gefundenen DNA-Proben zu einem völlig Fremden namens Ramiro gehörten. Er war kolumbianischer Staatsbürger und lebte in Madrid, praktisch sechs Autostunden von Santiago entfernt, wo sich die Tragödie ereignete. Das alles erschien seltsam. Die Polizeibeamten stellten ihn zur Rede und der Mann ging von Anfang an in eine verzweifelte Abwehrhaltung. Er sagte, er habe keine Ahnung, wer Asunta sei. Er betonte, er sei nie in dieser Stadt gewesen und habe nichts mit dem Mord zu tun. Ramiro hatte ein bestätigtes Alibi. Er hatte mit seiner Freundin in einem Madrider Restaurant zu Abend gegessen und war dabei von Überwachungskameras aufgezeichnet worden. Zu diesem Zeitpunkt war es nicht möglich, dem Mann etwas vorzuwerfen. Er schien ehrlich zu sein. Selbst wenn man davon ausging, dass er tatsächlich in eine andere Stadt gereist war, um die Tat zu begehen, erklärte dies nicht, warum das Mädchen vor dem Vorfall monatelang die verschreibungspflichtigen Medikamente nicht eingenommen hatte. Weitere Tests ergaben, dass von den gefundenen DNA-Spuren nur einige zu Ramiro gehörten. Die Beamten des Labors spekulierten, dass die Daten mit seiner DNA übereinstimmten, weil die Proben von unzureichender Qualität waren, oder das Personal beim Umgang mit den Instrumenten nicht auf vollständige Sterilität geachtet hatte und sie daher verunreinigt waren. Die Proben könnten von jemandem absichtlich platziert worden sein, um die Ermittlungen zu verwirren. In diesem Stadium gab es weit mehr Fragen als Antworten. Die Ermittler stellten die unwahrscheinlichsten Annahmen auf. Auch das Verhalten der Eltern trug dazu bei. Sie schienen sich überhaupt nicht dafür zu interessieren, was mit dem Mädchen geschah. Technisch gesehen war Rosario die letzte Person, die Asunta lebend gesehen hat, aber viele bezweifelten, dass sie das alles allein hätte schaffen können. Die Frau war recht zierlich und wirkte nicht sehr kräftig, sodass die Ermittler bezweifelten, dass sie körperlich in der Lage war, Asuntas Leiche zu bergen. Mit Hilfe von Mobilfunkmasten versuchte die Polizei herauszufinden, wo sich die Eltern des Mädchens zum Zeitpunkt des Mordes aufhielten. Es stellte sich heraus, dass beide an diesem schicksalhaften Tag ihre Mobiltelefone ausgeschaltet hatten. Auch dieser Umstand gab der Polizei Rätsel auf und erschien fragwürdig. Die Eltern des Mädchens erklärten, es sei reiner Zufall gewesen, dass beide Handys zur gleichen Zeit ausgeschaltet waren, aber es habe keine böswillige Absicht vorgelegen, behaupteten sie. Bezüglich der Medikamente gab Rosario an, dass sie ein Rezept benutzte, das ihr ein Arzt aufgrund von Panikattacken verschrieben hatte, aber als das Dokument ablief, kaufte sie die Medikamente weiterhin illegal. Die laxe Gesetzgebung in Bezug auf solche Medikamente trug dazu bei. Der örtliche Apotheker war mit Rosario befreundet, was es ihr ermöglichte, die Pillen ohne Probleme zu bekommen. Nach einem Gespräch mit diesem Bekannten erfuhren die Ermittler jedoch, dass die Mutter der Ermordeten die Pillen erst am 5. Juli beantragt hatte, also einen Tag, nachdem der Einbrecher in das Haus eingebrochen war und das Mädchen angegriffen hatte. Außerdem hatte ihr Ehemann in letzter Zeit große Mengen der Medikamente gekauft. Aufgrund all dieser Umstände beschlossen die Ermittler, Alfonso zu verhaften. Wie sich herausstellte, waren kurz vor der Tragödie sogar einigen Lehrern des Mädchens die Merkwürdigkeiten in ihrem Verhalten aufgefallen. Eines Tages kam Assunta mit ihrem Vater zum Geigenunterricht, wo sie so tat, als könne sie sich nicht beherrschen. Alfonso behauptete, seine Tochter stehe einfach unter dem Einfluss von Allergie-Medikamenten. Die Lehrer bestätigten, dass sie schon immer sehr verschlossen gewesen sei und nicht über ihr Leben gesprochen habe. In der Folgezeit wiederholte sich der Vorfall mit der Schläfrigkeit immer wieder. Die Eltern fanden jedoch jedes Mal eine Ausrede, wobei sie meist auf den Gesundheitszustand der Schülerin verwiesen. Die Lehrerin zweifelte und glaubte den Eltern des adoptierten Mädchens nicht. Als sie von der Polizei kontaktiert wurde, beschrieb sie Assuntas Symptome und ihr Verhalten genauso wie die Liste der Nebenwirkungen der illegalen Substanzen. Als der Vater seine Tochter abholte, schilderte die Lehrerin, was passiert war. Danach wurde ihr Verdacht nur noch verstärkt, als der Mann die Geschichte änderte und nun behauptete, die Tochter habe ein anderes Medikament genommen. All dies sah mehr und mehr nach einer Lüge aus und wirkte eindeutig verdächtig. Der letzte Vorfall ereignete sich zwei Tage vor der Tragödie. An diesem Tag ging Rosario zur Lehrerin und sagte, dass ihre Tochter wegen einer starken Reaktion auf die ihr verschriebenen Medikamente nicht zum Unterricht kommen könne. Nach dieser Aussage hatten die Ermittler keinen Zweifel mehr daran, dass die Adoptiveltern von den Medikamenten wussten und versuchten, das Kind zu vergiften. Im August 2013, als die Mutter von Depressionen heimgesucht wurde, schickte man das Mädchen mit seinem Kindermädchen in den Urlaub aufs Land. Sie verbrachte dort einen Monat und ihre Eltern riefen regelmäßig an, besuchten Asunta aber nie. Ohne ihre Eltern schien das Mädchen fröhlich, glücklich und sorglos zu sein. In allen Phasen dieses Falles tauchte immer wieder dieselbe Tatsache auf. Alfonso wollte trotz der Trennung unbedingt die Beziehung zu seiner früheren Frau wiederherstellen. Im Juni 2013, nur drei Monate vor der Tragödie, wurde Rosario mit einem Nervenzusammenbruch ins Krankenhaus eingeliefert. Während dieser Zeit zog Alfonso sogar zurück. In gewisser Weise freute sich der Mann, als sein Wunsch, wieder mit seiner Familie vereint zu sein, in Erfüllung zu gehen begann. In dieser Zeit hörte Rosario auf, ihren Geliebten zu sehen. Ihr Mann besuchte sie im Krankenhaus und kümmerte sich um sie, nachdem sie entlassen worden war. Es schien, dass sich die Dinge in der Familie zu verbessern begann, aber wie sich später herausstellte, log sie, da sie weiterhin mit ihrem Liebhaber kommunizierte und ihn am Tag des Mordes sah. In Anbetracht der aufgedeckten Tatsachen war die neue Annahme der Ermittlungen die Rache Alfonsos. Vielleicht wollte er Rosario noch mehr Schmerz zufügen, als er wegen ihres Betrugs erlitten hatte. Das könnte erklären, wie das orangefarbene Seil in der Urne des Landhauses gelandet ist. Es wurde einfach von Alfonso platziert. Aber warum wusste sie von diesen Gegenständen und war so erschrocken, als die Polizei sie aufsuchte und rannte direkt zum Mülleimer? Vermutlich wusste sie davon und war eine Komplizin. Es war offensichtlich, dass der Ex-Ehemann ein ziemlich rachsüchtiger Mensch war. Er versuchte sogar, die Frau von Manuel Garcia anzurufen, um ihr von seiner außerehelichen Affäre zu erzählen. Die Polizei deckte ein wichtiges Muster auf. Wenn der Mann mit seiner Ex-Frau und seiner Tochter im Haus war, wurde Assunta immer mit irgendwelchen Medikamenten betäubt. Aber Alfonso weigerte sich, dies zuzugeben. Er behauptete, er sei unschuldig. Nach ihrer Verhaftung war Rosarios Verhalten sprunghaft, von hysterisch bis depressiv. Während Alfonso ruhig und gelassen war, versuchte er ständig, sie zu beruhigen und sagte ihr, dass sie sich einfach nur lieben und gegenseitig unterstützen müssten und dass alles bald vorbei sein würde. Trotz all seiner überzeugenden Worte bemerkten die Polizeibeamten, wie kalt der Mann war. Nach einiger Zeit gelang es, das von Alfonso verwendete Speichermedium zu entdecken. Wie sich herausstellte, war die Festplatte seines Laptops komplett ausgetauscht worden. Experten konnten errechnen, dass mehr als eine halbe Million Fotos und Videos darauf gespeichert waren. Es handelte sich wahrscheinlich um kompromittierendes Material. Die Polizei konnte herausfinden, dass Alfonso ein ungesundes Interesse an asiatischen Mädchen hatte. Auf seiner Seite in den sozialen Netzwerken fanden sich Hinweise auf Dutzende von Verabredungen und Korrespondenz mit asiatischen Mädchen. Nach Ansicht der meisten Ermittler, die die Fotos der Konten sahen, waren diese Mädchen minderjährig. Darüber hinaus interessierte sich der Mann ausschließlich für asiatische Mädchen mit möglichst kindlichem Aussehen. Später wandte sich eine Frau, die Inhaberin einer Escort-Agentur war, an die Polizeiwache. Nach ihrem Geständnis besuchte Alfonso regelmäßig das Etablissement, bestellte immer nur asiatische Mädchen und verlangte, dass sie sich wie Schulmädchen kleideten. Auch die Ehefrau wusste von dieser Schwäche. Die in diesem Zusammenhang erhaltenen Fotos des ermordeten Mädchens in freizügiger Kleidung sahen noch kompromittierender aus. In der Untersuchungshaft diskutierten sie zwar interessante Themen, zum Beispiel ob es ihnen gelungen war, alle Beweismittel zu beseitigen, doch der Staatsanwalt machte darauf aufmerksam, wie grausam dieser ruhige, besonnene Mann seine frühere Ehefrau behandelt hatte. Die Vorwürfe lauteten, dass die Täter sich gegenseitig deckten, in Wirklichkeit waren beide am Tod des Kindes beteiligt. Wahrscheinlich waren beide nach der Trennung des Paares mit einer Adoptivtochter belastet, was ein Motiv für die Tat gewesen sein könnte. Ihr Verhalten und die Zeugenaussagen sprachen Bände darüber. Die Angeklagten selbst arbeiteten nicht an den Ermittlungen mit und weigerten sich, ohne ihren Anwalt zu reden. Später, auf Anraten ihrer Verteidiger, äußerten sie sich überhaupt nicht mehr zu der Tragödie. Während dieser ganzen Zeit waren die Medien in heller Aufregung. Es ging um reiche Leute, die in etwas so Schmutziges verwickelt waren, dass die Nahrung für Gerüchte endlos schien. Eine große Rolle spielten dabei virale Fotos, die überall im Internet, auch international diskutiert wurden. Forensische Psychiater spielten bei den Ermittlungen eine wichtige Rolle. Nach einer Analyse des Verhaltens der Adoptiveltern sahen die Experten zwei Narzissten mit ähnlichen Persönlichkeitsstörungen, die von der Macht des Geldes gefangen, verwöhnt und launisch waren. Offenbar haben sie Asunta nur adoptiert, um auf Druck von Rosarios Eltern eine liebevolle Familie darzustellen. Sie wurde zu einem Spielzeug für sie. Leider wurde das Mädchen, als es nicht mehr gebraucht wurde, zunächst ausgenutzt und dann beschlossen sie es loszuwerden. Auf der Seite der Staatsanwaltschaft stand eine Zeugin, eine 15-jährige Bekannte von Asunta. Obwohl Alfonso behauptete, dass er am Tag des Mordes den ganzen Tag bis zum Abend das Haus nicht verlassen hatte, erwies sich dies als Lüge. Das Mädchen sah ihn mit Asunta gegen 18 Uhr vor dem Haus von Rosario. Dies wurde später durch Kameraaufzeichnungen bestätigt. Auch um 21 Uhr, nach dem Verschwinden des Mädchens, aber vor dem Anruf von Rosario, war er auf den Kameras zu sehen. Widersprüchliche Fakten fügten der Liste der Beweise gegen das Paar hinzu. In der Tat war der Prozess sehr umstritten. Sogar das Verhalten des Richters wurde infrage gestellt. Viele glaubten, er wolle nur berühmt werden und dieser Verdacht erwies sich als unbegründet. Einige Zeit nach Abschluss des Prozesses schrieb er ein Buch über Asunta, obwohl es sich in Wirklichkeit nur um einen Versuch handelte, berühmt zu werden. Die Angeklagten hatten ihre Unterstützer. Verwandte und Nachbarn hatten jahrelang zugesehen, wie die Pflegeeltern versuchten, bessere Bedingungen für das Kind zu schaffen. Sie hatten Geld, Ehrgeiz und schwierige Charaktere, aber die ihnen nahestehenden sahen, dass sie alles für Asunta taten. Viele sind immer noch der Meinung, dass das Ergebnis des Prozesses trotz aller Merkwürdigkeiten in ihrem Verhalten ein Justizirrtum war. Diese Meinung ist vor allem unter denjenigen weit verbreitet, die sich außerhalb Spaniens engagieren. Die Angeklagten selbst haben sich nicht schuldig bekannt. Während des Prozesses verhielt sich Alfonso ruhig und vernünftig, während Rosario ständig weinte und in Hysterie verfiel, in ihrer Aussage verwirrt war und ihr Verhalten mit der Wirkung von Medikamenten rechtfertigte. Rosarios Cousin sprach während des Prozesses und erzählte interessante Fakten. Die Eltern der Angeklagten starben im Abstand von sieben Monaten plötzlich zu Hause, in den Jahren 2011 und 2012. Dies geschah vor dem Tod von Asunta. Der Cousin vermutete, dass Rosario sowohl in den Mord an den Eltern als auch an der Tochter verwickelt war, um in den alleinigen Besitz des gesamten Erbes zu gelangen. Die Verteidigerin wies diese Vermutung zurück. Rosarios Mutter war siebenundsiebzig und ihr Vater achtundachtzig Jahre alt. Sie waren in ihren Betten an Altersschwäche gestorben und bei der ärztlichen Untersuchung war nichts Verdächtiges festgestellt worden. Ihre Leichen waren jedoch, wie die von Asunta, eingeäschert worden. Die Überreste konnten nicht untersucht werden, um einen gewaltsamen Tod festzustellen. Die Staatsanwaltschaft wiederum beharrte darauf, dass die Eltern des Kindes echte Psychopathen waren. Alfonso war eindeutig ein Pädophiler, der seine Adoptivtochter unter Medikamenten setzte und dann seine Fantasien auslebte. Als das Mädchen älter wurde, konnte es sich an diese Ereignisse erinnern und sie anzeigen, also beschloss man, sie als Bedrohung loszuwerden. Die Theorie wurde durch zahlreiche Fotos und Beweise dafür gestützt, dass der Mann eine krankhafte Anziehungskraft auf minderjährige asiatische Mädchen hatte. Wahrscheinlich war Rosario auch darin verwickelt oder sie wusste davon, deckte aber weiterhin die schmutzigen Taten ihres Ex-Mannes. Vielleicht beschloss sie aber auch einfach das Mädchen loszuwerden, weil es unnötig war und tat es mit Alfonso. Am 30. Oktober 2015 befand das Gericht sie für schuldig und verurteilte sie zu je 18 Jahren Gefängnis. Nach Antritt der Strafe legten beide Berufung ein, die jedoch abgewiesen wurde. Am 18. November 2020 wurde Rosario tot in ihrer Gefängniszelle aufgefunden, mit einem Gürtel um den Hals. Es stellte sich heraus, dass es ihr dritter Versuch war, freiwillig aus dem Leben zu scheiden. Alfonso sitzt immer noch hinter Gittern und beteuert weiterhin seine Unschuld. Der Fall hat nicht nur in Spanien, sondern auch in China großes Aufsehen erregt und eine heftige Kontroverse über die Gewährung des Sorgerechts an ausländische Staatsangehörige ausgelöst. Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf. Bis zum nächsten Mal.